Herzlich Willkommen auf Multilaser. Heute 8. Dezember und wir holen mal den Kalender. Da bin ich mal gespannt, was wir heute drin haben. Ich muss mal kurz die 8 suchen. Wo ist sie? Wo ist die gute 8? Oben kann sie nicht sein. Da ist die 8. Hier haben wir die 8 in einer sehr komischen langen Form. Okay, schauen wir mal rein. Ich bin mal gespannt. Ah, cool. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es ist ein Bleistift. Ein Bleistift von Engelbert Strauß, auch mit dem Logo drauf. Es ist nicht so ein ovaler, sondern so ein dreieckiger. Okay, kann man wohl besser anspitzen mit dem Messer. Ein Bleistift. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Coole Sache. Und was zünden wir heute draußen? Wir zünden heute die Flash. Ja, wir machen heute die Flash. Wir können ja mal kurz reingucken, wie die nochmal aussahen. Das sind die Flash in so länglicher Form. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Ich kenne den Artikel noch nicht. Wir haben hier 8 NEM und Blitztabletten. Aber das ist ja eine längliche Form. Lassen wir uns mal überraschen mit dem Flash. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich draußen mit dem Flash. Viel Spaß. So Leute, 8. Dezember und wir haben die Flash. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja. Okay. Also hier mache ich eine elektrische Warnung rein. Das ist ja... Ja, was soll man dazu sagen? Das sind halt... Ja, Flash, ne? Ja. So, mal ein bisschen näher ran an die Flashes. Das sind jetzt zwei, glaube ich. Aua, das ist schon... Das ist schon unerträglich, da reinzugucken. Das ist schon... Ja, das ist halt ein Flash, ne? Ich bin geflasht. Ja, das waren zwei Stück. Ist okay. Ist okay. Einen machen wir noch. Mal in die gegengesetzte Richtung, damit ihr die Umgebung sehen könnt. Wie die geflasht wird. Wortspielen. Das ist so Strobo. Strobo, ne? Perfekt. Ja, kann man nicht reingucken. Nicht lange. Gut schon, wie ich mach mal falsch. Ja, Leute, das waren die Flash. Hier ist Name gleich Programm, ne? Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Kalender. Ja, cancel ne. Wie schnell, surtout da. Ja, ich dafüröns穩士. Und aus dem K Untertitelung des ZDF, 2020